So, jetzt bin ich wieder oben. Der Schlauch ist ganz schön, nochmal schön, dann hoch. Hopp, da ist nass, aber nicht gut. Also da darf es immer kommen. Da geht es noch um. Den Weg und dann hoch. Denk mal, dass das früher auch ein Fort war, so wie es aussieht. Weil der Weg noch mal schon angelegt. Und dann war das hier ein Fort. Und hier liegt auch noch die Platte. Die Steiner. Also, und da nimmt sie es auch. Jetzt geht es da noch. Gewaltig. Also, da runter. Ich schätze mal gute 100 Meter, wenn nicht weiter. Und 5 Meter breit mindestens. Gehen wir mal hin auf. Richtig. Die sind ja ein paar Tonnen. Ja, die Dinger. Was sich da hinein klemmt hin. Gewaltig. Wahnsinn. Gewaltig. Wahnsinn. Ich sage mal. Uralte Bäume. Ringsherum. Ein paar hundert Jahre alt. Jups. Da ist kein Moos. Und schon bist rutschig. Da musst du aufpassen. Wir haben den Kantechnen. Das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem. Ja. Aufpassen. Wir sind immer noch nicht in den Kanten. In einem Umzug liegen auch viele Steuern. Oh, der ist voll. mal zum kauf schon noch ein Stück Nicht an allen Tag baut das Ding. Und noch was lauft halt. Scheiße. Ja, wieder zwei so Baimle. Da steht auch wieder so ein Oschi her. Und da Brocken drin. Einfach sauber angelegt. Das ist klasse. Da ist irgendein Ding, eine Aussparung gebaut. Mit lauter Felsen um die Bäume. Interessant, wenn man das mal sauber macht. Wie das aussieht. Vielleicht auch so trinken. Oder einen Waschplatz oder irgendwas. Dass man da das Wasser rein. Und da seitlich. Dann ist ein Ablauf wieder. Dann ist das da wieder rausgelaufen. Da sind auch wieder so Schlitze drin. Wieder unten. Ich weiß nicht, ob die Gländer rein gemacht hätte. Keine Ahnung. Da sieht man es, die Steiner. Drumherum. Da geht es einander. Die Bäume. Ein paar hundert Jahre alt schon. Also das ist nicht neu. Da oben kommt es heißer. Also muss da mal aufhören nachher. Da wird es wieder rutschig. Aufpassen. Da ist flacher. Da ist noch kein so Druck drauf. Da haben sie es hier flach gebaut. Da sind schon die ersten Heißer. Und da kommt ein Buckel. Ein Hügel. Sieht aus wie ein Kamm. Vor weitem. Ja. Ja. Da machen wir es rum. Sauber. Da ist noch ein paar Jahre auf dem Buckel da. So. So. Da haben wir es. Da geht es rein. Nein. Das ist natürlich jetzt neuer. Betonierter angelegt. Gut. Da war die runde Steu. Schön abgeflacht hier. Das habe ich jetzt bei ihr paar schon gesehen. Das ist bei ihr paar so eingebaut. Wenn sie die rund ausgespreist oder wie sie das gemacht haben. Dann geht es da oben weiter. Also jetzt müssen wir ja irgendwo an der Quelle sein. Da ist ein Gländer. Das sieht so aus. Da gucken wir mal gleich. Da geht es rein. Gut. Das mache ich mal da aus. Und dann sehen wir oben wieder was da los ist.